Hallo zusammen, hier ist wieder Chiller und wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns freute ich euch heute wieder so ein kleines Guide-Video präsentieren. Heute geht es um ein schickes kleines Promotion-Pad, das wir uns aktuell holen können. Und da dachte ich mir, ich bastle euch ein kleines Video als kleinen Reminder, denn so wie das aussieht, ist das nur temporär verfügbar. Und dass ihr es nicht verpasst, will ich euch jetzt mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Was gibt es Schönes? Und zwar gibt es hier einmal diese kleine süße Gnomendame. Gnomelia Gearheart, schimpft sich die, die können wir auch mal auspacken. Ihr seht, die ist relativ winzig und sieht relativ putzig auch aus. Also das ist sie. Und die ist von einem Spiel, und zwar ein neues kleines Handyspiel, können wir uns da holen. Ihr seht schon, Promotion steht dran und das ist Warcraft Rumble. Hier ist es so, dass ihr das über euer Mobilfunkgerät herunterladen könnt. Und dann ein kleines Intro-Szenario spielt. Das funktioniert quasi so, ihr könnt dann so kleine Minis, also die Figuren, die ihr da hinstellen könnt, sind Minis. Und die könnt ihr aufstellen, nach einer Zeit regeneriert ihr quasi Ressourcen. Und dementsprechend müsst ihr dann so Bosse beschweren. Die Games gehen 2-3 Minuten, das ist eine relativ kurze Sache. Und ihr müsst halt dieses Intro-Szenario abschließen. Sobald ihr das Intro-Szenario abgeschlossen habt und das Spiel verlastet und wieder reingeht, also so war es zumindest bei mir, dann ploppt das hier auf, dass ihr die Roads quasi erhalten habt und könnt die eintauschen. Wichtig, wenn ihr das Spiel runtergeladen habt, verknüpft es mit eurem Battle.net Account. Ihr könnt natürlich die Sachen nur bekommen, wenn ihr es mit eurem Battle.net Account verknüpft habt. Ich habe quasi aus dem Playstore das Warcraft Rumble, so heißt das Spiel, wie gesagt, auf meinem Handy runtergeladen. Und dann, wenn man das das erste Mal aufmacht, das ist übrigens relativ groß, über einen Gigabyte oder so, also vielleicht im WLAN runterladen. Dann kommt es quasi direkt, ploppt es halt auf, ja, wollt ihr es mit Battle.net verknüpfen, das macht er natürlich. Dann spielt ihr das Intro-Szenario. Die Sachen sind wirklich einfach, das kann man fast nicht verkacken. Deswegen dauert vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde. Wenn ihr Hogger besiegt habt, also als erstes die Startzone ist der Wald von Elvin, da sind 5, 6, 7 Spiele. Am Ende ist Hogger, wenn ihr den umgehauen habt, dann kommt ihr ins nächste Gebiet, ich glaube Westfall oder so ist es. Und dann könnt ihr eigentlich aufhören, sobald ihr Hogger umgehauen habt. Spiel beenden, wieder neu reingehen und dann ploppt es eigentlich auf und ihr bekommt dann kurz später, wenn ihr hier die Rewards quasi claimt im Spiel WoW, dementsprechend euer süßes Pad. Mehr ist es nicht. Wie lange jetzt die Promotion genau geht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Mir wurde gesagt, zwei Wochen geht sie. Heute, beziehungsweise ab dem 3.11. ging das Ganze los. Und mir wurde gesagt, zwei Wochen, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das stimmt, habe es jetzt nirgends gefunden, das Datum, aber holt es euch lieber früher als später. Nicht, dass Blizzard die Promotion beendet und ihr das Pad quasi nicht mehr kriegen könnt. Gut, mehr ist es nicht. In-Game-Material kann ich euch jetzt schlecht zeigen, weil wie gesagt, ich kann das aktuell nur auf dem Handy spielen, aber es ist wirklich einfach. Also es ist nicht der Stress tatsächlich. Gut, das war es mit einem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Habt mich gefällt, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.